Musik Herzlich willkommen zu unserer nächsten Vorlesung, zur Vorlesung über Signaltheorie. Es freut mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir beginnen hier uns nun in ein ganz neues Themengebiet zu bewegen, und zwar in Themengebiet, was der angewandten Physik entnommen ist. Und wir werden hier einen ganz anderen Blick auf Finanzmarktzeitreihen erhalten. Und ich hoffe, ich schaffe es mit dieser Veranstaltung auch, Ihre Wahrnehmung, was Zahlen und mathematische Konstrukte angeht, noch um einiges zu erweitern. Wo befinden wir uns hier in unserer Vorlesung? Wir befinden uns nunmehr in der sechsten Vorlesungseinheit und wir sind auch schon fast am Ende. Wir haben noch zwei, ich sage mal zweieinhalb Veranstaltungen vor uns. Das heißt, wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Und es freut mich, dass Sie hier so rege mit dabei sind. Was werden wir in dieser Vorlesung über die Signaltheorie lernen? Was werden wir für Themen behandeln? Ich möchte als erstes einmal eine Einleitung geben und eine Definition von Signaltheorie. Was ist das denn überhaupt? Wo kommt das her? Für was kann man das benutzen? Anschließend werde ich einen etwas exotischeren Weg oder einen exotischeren Pfad wählen, Ihnen Eulers Formel und die Vorbereitung zur Foyer-Transformation aufzubereiten. Hier bediene ich mich der sogenannten Gruppentheorie und ich werde diese Gruppentheorie auch nicht mathematisch einführen. Danach lernen wir Eulers Formel kennen. Was das ist, lernen wir dann noch. Wir werden uns mit Foyer-Reihen und der sogenannten Foyer-Transformation beschäftigen. Wir werden lernen, was ist denn die Heisenbergsche Unschärferelation und werden uns letzten Endes dem Themenkomplex der Wavelets widmen. Ich möchte vorab noch einige Worte loswerden. Zum einen ist das Thema Signaltheorie wie alle anderen Themen, die wir hier in diesem Kurs behandeln, sehr umfangreich, sehr komplex und sehr tiefgreifend, nenne ich es jetzt einmal. Wir werden es hier auch nur schaffen, an der Oberfläche zu kratzen. Das ist auch mein einziges Ziel, Ihnen erst einmal dieses Themengebiet näher zu bringen und Ihnen ein rudimentäres Verständnis davon aufzubereiten, was man damit denn alles tun kann. Ich habe Ihnen hier wie immer im Kurs tiefgreifende Quellen und weiterführende Literatur bereitgestellt für diejenigen von Ihnen, die vielleicht direkt aus den Ingenieurswissenschaften kommen und mit den Konzepten bereits vertraut sind, als auch für diejenigen, die zum ersten Mal mit der Signaltheorie zu tun haben. Ich habe hier Anleitungen, die von Grund auf neu beginnen und ich habe auch weiterführende Bücher bereitgestellt, die Ihnen einen tiefen Einblick in diese Thematik geben können. Dann kommen wir jedoch zunächst einmal zu der Frage, die die meisten hier interessiert. Warum das denn jetzt? Also warum Signaltheorie? Für was ist das relevant? Wir wollen hier ja Data Science und Finanzmarktanalyse betreiben. Für was brauchen wir Signaltheorie? Bisher sind wir an die Finanzmärkte mit nur sehr wenigen außerordentlichen Gebieten herangetreten, sondern haben uns hauptsächlich auf stochastische Prozesse gestützt. Und da fasse ich die Zeitreihenanalyse einfach mal mit rein. Das heißt, wir haben mit Ausnahme der fraktalen Geometrie bisher eigentlich relativ wenige exotische Bereiche kennengelernt. Allerdings hört sich das jetzt auf. Also ab sofort werden wir nur noch Themengebiete und Felder bearbeiten, die eigentlich zunächst einmal nichts mit Finanzmärkten zu tun gehabt haben. Und deswegen fangen wir in diesem Kapitel an, uns erst einmal Konzepte aus der angewandten Physik bzw. den Ingenieurswissenschaften zu entleihen und damit Finanzzeitreihen zu analysieren. Das heißt, wir werden im Verlauf des Kurses bzw. auch für diesen Teil, für die Signaltheorie, eine Finanzzeitreihe wie ein Signal behandeln, deren Frequenz wir analysieren möchten. Und der Fokus liegt hier auf der Foyer-Transformation und auf Wavelets. Ich habe es ja bereits schon gesagt, der Kursumfang lässt einen tiefen Einstieg nicht zu, weswegen wir uns hier auf die grundlegenden Konzepte und die grundlegenden Ideen beschränken werden. Das macht in dem Sinne allerdings nichts, weil Sie dann natürlich die nötigen Quellen haben, sich tiefergehend einzulesen. Ich kann zudem nicht davon ausgehen, dass jeder Kursteilnehmer einen physikalischen Hintergrund hat und das alles schon mal gehört hat in der Tiefe. Deswegen fangen wir hier faktisch bei Null an. Und wir beginnen rudimentär und beschränken uns tatsächlich auf die wesentlichen Merkmale. Ich habe es ja bereits schon gesagt, ich habe weitreichende Literatur bereitgestellt für diejenigen, die mehr wissen möchten. Und wie Sie das Ganze dann programmatisch für sich selbst ausprobieren können, das haben wir wie immer in der Finanzmarktzeitreihenanalyse im Python-Video gezeigt. Und daher wünsche ich Ihnen jetzt hier viel Spaß. Bitte lassen Sie sich da wie immer drauf ein. Seien Sie neugierig. Und wir beginnen jetzt einfach mal mit der Frage, was ist eigentlich Signaltheorie? Signaltheorie im ganz Allgemeinen ist die Zusammenfassung von Verfahren und Methoden, welche zur Auswertung von sogenannten Signalen, die von beliebigen Prozessen oder Systemen erzeugt werden, genutzt bzw. angewandt werden. Das heißt in Kurzform, Signaltheorie, Auswertung, Signale. Hm, macht Sinn. Was ist denn jetzt ein Signal? Ein Signal kommt vom lateinischen signalis, dazu bestimmt und von signum ein Zeichen. Das heißt, ein Signal ist ein Zeichen mit einer bestimmten Bedeutung, die das Signal durch Verbreitung oder Vorschrift erhält. Und in diesem Kurs werden wir als Signale Zeitreihen oder periodische oder nicht periodische Funktionen verwenden. Das bedeutet für die Elektrotechniker oder Ingenieure unter Ihnen, hier kann man auch Messreihen verwenden, die aus irgendwelchen technischen Geräten kommen. Wir können hier Maschinenzeichen nehmen oder für den Teil, den wir hier eben betrachten, die Finanzzeitreihen, verwenden wir einfach unsere altbekannte Tesla-Zeitreihe oder jede beliebige andere Finanzaktienzeitreihe und sagen, das ist ein Signal und das möchten wir bitte bearbeiten und verarbeiten und analysieren, als ob es hier ein technisches Signal wäre. Und warum Signale und Finanzen, fragen Sie sich, Hintergrund ist, dass es in der Wahrscheinlichkeitstheorie und in der Statistik die Möglichkeit gibt, stochastische Prozesse und Variablen mittels der sogenannten Spektralanalyse zu untersuchen. Und diese Spektralanalyse bildet die Grundlage für die sogenannte Signalverarbeitung. Sie werden sich jetzt wahrscheinlich zudem denken, wir hatten jetzt doch schon einige Veranstaltungen zu stochastischen Prozessen und zur Zeitreihenanalyse und auch zur Wahrscheinlichkeitstheorie. Warum haben wir das bisher nicht gehört? Darauf gibt es eine ganz einfache Antwort. Diese Spektraldarstellungen sind mathematisch sehr umfassend und auch nicht unbedingt das Trivialste, sage ich mal. Und dieser Kurs hat eben nur einen begrenzten Umfang, deswegen habe ich das bisher ausgeschlossen und wir werden hier nicht auf beispielsweise die Spektraldarstellung von Markov- oder Levy-Prozessen eingehen. Sie sollten sich im Hinterkopf behalten, dass es das gibt, das ist möglich, aber das machen wir hier aus umfangtechnischen Gründen einfach nicht. Wie fahren wir denn jetzt fort? Ich habe das vorher so ganz salopp schon mal postuliert. Die Vermutung, welche wir in diesem Kapitel untersuchen möchten, ist, dass Finanzzeitreihen als Signal interpretierbar sind und auch als solches auswertbar ist. Das ist unsere Arbeitshypothese, die habe ich vorher einfach so in den Raum gestellt, ohne etwas dazu zu sagen, gilt diese Annahme. Also diese Annahme, die wir jetzt einfach mal treffen, Finanzzeitreihen sind als Signal interpretierbar. So kann man Informationen über die Frequenz und die Beschaffenheit des Signals gewinnen, indem man eben die Signaltheorie darauf anwendet. Und gewinnen wir Informationen, so können wir natürlich als findige Finanzanalysten diese ausnutzen und versuchen damit monetäre Vorteile durch geschickte Modellierung zu erlangen. Das ist so unser Hauptantrieb. Wir möchten gucken oder wir möchten herausfinden, Finanzzeitreihen als Signal interpretierbar, ja oder nein. Und falls ja, bekommen wir da Informationen, die sonst nicht zugänglich sind und können wir die monetär nutzen. Oder können wir die nutzen, um bessere Modelle zu bauen. Und letzten Endes geht es darum, wenn ich bessere Informationen finde und die auch noch modellieren kann, dann kann ich damit Geld verdienen. Wir steigen hier jetzt ein, indem wir uns mit der Gruppentheorie und Euler's Formel befassen. Und in diesem Kurs versuchen wir uns didaktisch einmal an einer nicht standardisierten Herangehensweise. Das heißt, wir werden hier keine mathematische Einführung in die Gruppentheorie machen und wir werden auch keine direkte Einführung in Euler's Formel machen. Und ich werde auch einen anderen Ansatz wählen, Ihnen die Foyer-Reihen und die Foyer-Transformation darzustellen, wie das, was Sie in einer Standardvorlesung gewohnt sind. Ich orientiere mich hier an einem YouTube-Video von 3Blue1BrownChannel, der das mathematisch, grafisch, visuell dargestellt hat. Da können Sie gerne auf YouTube auch einmal schauen. Ich bin da ganz transparent, dass ich mich daran orientiere. Nicht, um hier irgendwie Werbung zu machen, sondern da habe ich die Idee schlicht her. Das heißt, Gruppentheorie auf nicht mathematischer, aber anschaulicher Art einzuführen, um Ihnen einen anderen Horizont und einen anderen Blick auf Zahlen zu ermöglichen. Und was wir hier demnach nicht leisten können, sind mathematische Beweise, mathematisch exakte Präzisionen und eine umfängliche Einführung in die Gruppentheorie. Das ist auch nicht Thema des Kurses. Ich nutze die Gruppentheorie allerdings, um Ihnen ein anderes Bild von Zahlen zu geben und das hat mir zumindest, wo ich mir damals diesen Themenkomplex angeeignet habe, sehr geholfen, diese Sichtweise zu haben. Deswegen möchte ich das gerne an Sie weitergeben. Deswegen bitte ich Sie nochmal, lassen Sie sich mal darauf ein. Und wir können gerne in einem Webinar darüber diskutieren, ob dieser Ansatz zielführend ist oder nicht. Wir beginnen hier allerdings erst einmal. Was ist denn nun Gruppentheorie? Gruppentheorie ist ein weiteres sehr großes mathematisches Feld und heruntergebrochen befasst sich die Gruppentheorie mit der algebraischen Eigenschaft der Symmetrie. Also was ist denn Symmetrie? Wie kann ich Symmetrie auf Zahlen, Zahlenkörper und andere mathematische Gegebenheiten anwenden? Wie untersuche ich denn Symmetrie? Symmetrie und wir machen das an einem ganz einfachen Beispiel. Wir betrachten uns dazu folgendes rotes Quadrat. Nachdem die Symmetrie an einem Quadrat etwas schwierig darstellbar ist und man sich das auch etwas schwer vorstellen kann, habe ich Ihnen hier einfach noch ein asymmetrisches Muster mit eingefügt, dass Sie sich auch vorstellen können, wo hier denn was ist. Wir betrachten uns aber wie gesagt dieses rote Quadrat und was kann man hier im Rahmen der Symmetrie an sogenannten Aktionen denn vornehmen? Ich kann das Quadrat spiegeln, an den Seiten halbierenden und an den Diagonalen und ich kann das Quadrat rotieren, das heißt ich kann das hin und her drehen um gewisse Winkel, zum Beispiel 90 Grad. Das sind Aktionen, die ich im Rahmen der Symmetrie vornehmen kann. Also ich wiederhole es nochmal, ich kann das Quadrat spiegeln, an den Seiten halbierenden und an den Diagonalen und ich kann das Quadrat hin und her drehen und wenn wir uns das Quadrat jetzt näher im Kopf durchgehen, gibt es genau acht Möglichkeiten oder acht mögliche Aktionen, die dazu führen, dass dieses Quadrat auch als die der Gruppe vom Grad 8 bezeichnet werden kann und damit zu den endlichen Gruppen gehört. Das bedeutet, die Anzahl an Aktionen, die ich im Rahmen der Symmetrie in der Gruppentheorie bei einem Quadrat ausführen kann, ist auf 8 beschränkt. Das heißt, wir haben einen Grad 8 und die Gruppe ist endlich und das ist aber nicht für alle Gruppen so. Wir betrachten uns hier gleich einmal ein unendliches Beispiel. Schauen Sie sich diesen roten Kreis an und er hat hier ein paar schwarze Markierungen drauf und bei einem Kreis ohne Spiegelungen gibt es unendlich viele Möglichkeiten zur Rotation. Das heißt, ich kann jeden Punkt auf diesem Kreis erreichen, indem ich ihn rotiere und das habe ich ja gerade schon gesagt, durch Rotation kann man hier jeden Punkt auf dem Kreis erreichen. Das heißt, ich drehe den Kreis nach links oder nach rechts und ich kann jeden Punkt hier durch die Rotation erreichen. Das ist bei dem Quadrat nicht so und das ist auch nicht bei jeder Gruppe so. Dann stellen wir uns doch erstmal die Frage, was passiert denn jetzt, wenn wir unseren Kreis um 270 Grad drehen und dann nochmal um 135 Grad drehen. Sie merken, ihr visuelles Vorstellungsvermögen ist jetzt gefordert und ich habe das Ihnen hier mal grafisch dargestellt. Wir fangen hier bei dem Punkt rechts Mitte an und wir drehen den um 270 Grad und dann drehen wir den nochmal um 135 Grad und was stellen wir hier fest? Wir stellen allgemein fest, dass zwischen 0 und 2 Pi Rad jeder Punkt zu erreichen möglich ist und wir demnach ein Kontinuum vorliegen haben. Das ist mal die erste Erkenntnis. Und die zweite Erkenntnis ist, was passiert denn jetzt, wenn man erst um 270 Grad dreht und dann um weitere 135 Grad dreht? Naja, wir kommen irgendwann, überschreiten wir die 360 Grad und dann stellen wir fest, dass dies gleich einer Drehung um 45 Grad ist. Das heißt, wenn ich erst um 270 Grad drehe und dann um weitere 135 Grad drehe, entspricht das genau demselben Ergebnis, wie wenn ich meinen Punkt nur um 45 Grad drehe. Und was heißt das denn jetzt? Das bedeutet, dass man Aktionen im Rahmen der Gruppentheorie einer gewissen Arithmetik unterwerfen kann und hier zum Beispiel die Additivität. Das heißt, wir rechnen die 270 Grad plus die 135 Grad und kommen dann bei 45 Grad raus. Was können wir jetzt daraus denn Schluss folgern? Was hat das denn mit einer EULAS-Formel zu tun, dass wir Quadrate und Kreise drehen und spiegeln können, wie wir lustig sind und das irgendwie zusammenzählen können? Das ist eine gute Frage. Aber gehen wir mal eine Folie weiter und wir haben ja gerade festgestellt, wir können einer Gruppe nicht nur Symmetrie unterstellen, wir können nicht nur deren Eigenschaften untersuchen, sondern wir können dieser Gruppe auch eine gewisse Arithmetik in den Aktionen unterstellen. Für diejenigen von Ihnen, die ein gutes visuelles Vorstellungsvermögen haben, denen ist das bereits aufgefallen. Was passiert denn jetzt? Jetzt kommen wir wieder zu unserem roten Lieblingsquadrat. Wenn wir dieses Quadrat um 90 Grad rotieren und vertikal spiegeln. Wenn Sie sich das im Kopf mal vorstellen, dann ist das exakt dasselbe, wie wenn ich eine diagonale Spiegelung vornehme. Das bedeutet nicht nur, dass wir Aktionen ausführen können und dass hier eine gewisse Arithmetik unterliegt, sondern wir sehen, dass Symmetrie bei Gruppen als Zusammenfassung und Kombinationen von Aktionen verstanden werden können, welche wie gesagt einer Art Arithmetik unterliegen. Und hier kann man als Beispiele nicht nur die Addition nennen, sondern auch die Multiplikation. Und was macht denn jetzt eine Gruppe zur Gruppe? Und zwar genau das, dass wir die Symmetrie untersuchen können, dass wir eine Art Arithmetik unterstellen können und dass wir die zusammenfassen und kombinieren können, wie am Beispiel Addition und Multiplikation zu sehen ist. Und wir nähern uns jetzt doch langsam aber sicher mal dem eigentlichen Thema. Und dazu betrachten wir uns ein weiteres Beispiel, nämlich die reellen Zahlengerader. Und wir sind es eigentlich gewöhnt, Zahlen als etwas anzusehen, was man zusammenzählen muss, was man teilen muss und nicht als Objekte, mit denen man Aktionen ausüben kann. Also betrachten wir die reelle Zahlengerade und definieren diese reelle Zahlengerade als eine Gruppe. So, und was passiert denn nun, wenn ich sage, ich rechne 1 minus 2? Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass ich diese Gruppe verschiebe. Und zwar so verschiebe, dass sich hier meine 1 auf die minus 1 verschiebt. Das heißt, ich habe das hier mal mit zwei Zahlengeraden abgebildet, aber effektiv verschieben wir und rotieren und drehen und dehnen wir diese Gruppe so, dass aus der 1 eine minus 1 wird, nachdem wir hier eben die Arithmetik der Addition eben ausführen dürfen. Auf dieser reellen Gerade, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, kann man einem Punkt folgen, indem man ihn hin und her schiebt. Eine Verschiebung um drei Einheiten vom Punkt 0 an und eine weitere Verschiebung um fünf Einheiten kann dann als Addition aufgefasst werden, also 0 plus 3 plus 5 ist 8. Und dies liefert uns ein neues Verständnis, wie man denn Zahlen betrachten kann und wie Gruppen miteinander interagieren. Also es klingt sehr trivial, wenn ich hier sage, 3 plus 5 ist 8. Und Sie werden sich jetzt fragen, ja, what of it, warum so kompliziert 3 plus 5 ist 8? Rechnen konnte ich vorher auch schon. Aber wenn wir nun diese Zahlengerader als Gruppe betrachten und wir die Interaktion zwischen diesen Gruppen ansehen, sind die Zahlen keine Zahlen mehr, sondern mathematische Objekte, denen wir im Verständnis eine Aktion zuordnen können, quasi mit denen wir Aktionen ausüben können. Und Sie werden später noch erkennen, warum ich diesen Zugang so intuitiv finde. Bleiben wir aber erstmal bei der reellen Zahlengerade und betrachten uns doch mal Potenzen. 2 zum Quadrat ist 2 mal 2 und 2 hoch 3 ist 2 mal 2 mal 2. Und wenn wir jetzt sagen, 2 zum Quadrat plus 2 hoch 3 ist dann eben 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Und aus den Potenzrechenregeln wissen wir, dass wir hier die Exponenten einfach zusammenzählen können. Also 2 hoch 2 plus 3 ist 2 hoch 5. Und wir haben eben hier dieses bekannte Gesetz, was ich unten hier noch dargestellt habe. Aber ich denke, das ist jedem klar und das klingt intuitiv, Potenzen sind ja Multiplizieren. Das ist das, was wir in der Analysis gelernt haben, was wir in der Schule gelernt haben. Und ich denke, was uns der ein oder andere Dozent und Professor an einer Hochschule ebenfalls schon zu Genüge, ich sag's mal, reingetrichtert hat. Potenzen sind Multiplikation. Aber diese intuitive Auffassung stößt in unserer Vorstellung her an seine Grenzen, wenn wir jetzt zum Beispiel Terme betrachten wie 2 hoch 1 Drittel, 2 hoch minus 1 oder wenn wir in die komplexen Zahlen wandern und das werden wir gleich auch noch, wenn wir zum Beispiel sagen 2 hoch i. Da ist diese Intuition, Potenzen sind ja Multiplizieren, ein bisschen schwierig. Also ich persönlich tue mir da schwer, mir das als Multiplikation vorstellen zu können. Und wenn wir dies nun auf die Gruppentheorie übertragen, assoziieren wir den additiven Input mit einem multiplikativen Output. Und das heißt, die Gruppe hält hierbei ihre Struktur konstant. Und die Strukturerhaltung hier nennt sich auch Homomorphismus, falls Sie das schon mal gesehen haben. Das heißt, wenn ich jetzt diese Kreuzfunktion xy habe, dann kann ich das auch als f von x mal f von y schreiben. Und worauf möchte ich denn jetzt eigentlich raus? Warum stelle ich Ihnen das so in dieser Detailtiefe denn vor? Fangen wir mal an. Addition ist somit eine Verschiebung um x-Einheit nach links oder nach rechts, wenn wir eine Multiplikation als Dehnung oder Stauchung ansehen können. Ich habe Ihnen hier nochmal unsere reellen Zahlengeraden mitgebracht und ich möchte jetzt 1 halbieren. Das heißt, ich nehme den Punkt 1 und stauche ihn so lange, bis er auf der Höhe von 1,5 sitzt. Das heißt, ich kann die Addition und Multiplikation in unserer intuitiven Vorstellung auch als Verschiebung, Dehnung oder Stauchung eines mathematischen Objektes verstehen, und zwar so, dass die Elemente anderweitig aufeinander zeigen. Im Rahmen der komplexen Zahlen betrachten wir das sogar noch als Rotation auf dem Einheitskreis. Das sehen wir gleich aber noch. Das heißt, bei der reellen Zahlengerade können wir dehnen, stauchen und verschieben. Und wenn wir uns in dem Bereich der komplexen Zahlen bewegen, können wir die Rotation als Aktion ansehen. Und bevor wir aber hier auf irgendwelchen komplexen Einheitskreisen rotieren, das machen wir nachher noch zur Genüge, rotieren wir erstmal noch ein bisschen langsamer und fangen erst einmal an und beachten uns die komplexe Zahlenebene, bevor wir erklären, bevor wir überhaupt darauf eingehen können, was braucht man denn komplexe Zahlen. Das mag für die Ingenieure unter Ihnen jetzt vielleicht mäßig interessant sein, aber wie ich es eingangs schon gesagt habe, kann ich nicht davon ausgehen, dass meine komplette Audienz hier aus Ingenieuren besteht. Deswegen kommen wir doch mal langsam, aber sicher zum interessanteren Teil, komplexe Zahlen und Euler. Was hat denn jetzt diese Gruppentheorie, die ich jetzt doch etwas länger eingeführt habe, mit Eulers Formel zu tun und was bringt mir das für die Signaltheorie? Betrachten wir uns hier doch als erstes mal die komplexe Zahlenebene. Was komplexe Zahlen denn nun genau sind, für diejenigen, die das nicht kennen, da kommen wir noch drauf, wir werden da allerdings nicht in die Tiefe einsteigen. Für diejenigen von Ihnen, die denken, negative Wurzeln kann man nicht berechnen, man kann es, das geht. Wir betrachten uns hier mal diese Zahlenebene. Wir haben hier unsere reelle Zahlengerade, die wir gerade gesehen haben als x-Gerade und in y-Richtung haben wir eben die positiven und negativen imaginären Zahlen. Und was machen wir denn jetzt? Wir haben hier den Punkt 2i plus 2. Zu dem wollen wir hin. Und wie komme ich denn da hin? Das kennen Sie. Wir gehen erst mal auf der reellen Richtung auf plus 2 und dann gehen wir 2i nach oben. Und wenn ich jetzt hier mir vorstelle, ich befinde mich in einem Vektorraum, dann kennen Sie das als Kräfteparallelogramm, um das mal amateurhaft darzustellen. Das heißt, wir verschieben eben die Reelle nach oben und kommen auf unsere Richtung nach x. Und x ist dann vom Ursprung aus der Vektor, der uns zu 2i plus 2 führt. Das ist den Ingenieuren garantiert bekannt. Allerdings, was können wir denn noch machen? Diese zwei Einheiten nach rechts und zwei Einheiten nach oben Geherei, nenne ich jetzt mal, ist gleich einer Rotation um Alpha Grad und einer Dehnung um x-Einheiten. Das bedeutet, wir rotieren unsere plus 2 reell um einen Winkel Alpha nach oben und wir dehnen das so lang, bis wir zu diesem Punkt gelangen. Das klingt jetzt sehr kryptisch. Ich habe das hier mal nochmal etwas langsamer dargestellt. Wir fixieren unseren Punkt 0. Wir verschieben den auf 1. Das ist eine Verschiebung und rotieren diesen um einen gewissen Winkel Alpha, so lange, bis wir bei i plus 1 rauskommen. Und wenn wir jetzt natürlich auf 2i plus 2 gehen wollen, dann dehnen wir das Ganze nochmal um die Einheiten x, so lange, bis wir bei 2i plus 2 rauskommen. Das ist das, was wir mit der Gruppentheorie hier tun können. Wir brauchen hier kein Kräfteparallelogramm nicht, sondern wir nehmen unseren Nullpunkt, wir verschieben ihn und wir rotieren ihn, so lange, bis wir bei i plus 1 rauskommen und dann können wir ihn noch ein bisschen dehnen. Und dann ist es nämlich so, wie wenn wir eine Rotation plus eine Dehnung um x-Einheiten bei einem Winkel von Alpha vorliegen haben. Und warum machen wir das denn? Das klingt ultra kompliziert, das ist jetzt vielleicht auch nicht die eleganteste Möglichkeit, das einzuführen, aber warum habe ich mich für diesen Weg entschieden, Ihnen das näher zu bringen? Gehen wir wieder von unserem Nullpunkt aus und verschieben diesen auf plus 1. Dann stehen wir, wenn Sie sich vorstellen, dass wir jetzt einen Spaziergang auf der reellen Zahlengerade machen, dann stehen wir gerade bei plus 1 und jetzt rotieren wir um einen Winkel Alpha gleich 90 Grad und wir sehen, dass wir dann bei plus i rauskommen. Was passiert denn jetzt, wenn wir nochmal um 90 Grad rotieren, das heißt insgesamt eine Rotation um 180 Grad vornehmen, dann stehen wir auf einmal bei der minus 1. Das heißt, wenn ich von Null an eine Verschiebung auf plus 1 vornehme und mich zweimal um 90 Grad in der komplexen Zahlenebene rotiere, stehe ich auf einmal bei minus 1. Also haben wir den Weg von der plus 1 zur minus 1 absolviert, indem wir eine Rotation um 180 Grad vorgenommen haben. Und das ist jetzt nicht nur so, dass sich der Punkt bewegt, sondern wir rotieren diese komplette Zahlenebene als Gruppe wie den Würfel oder beziehungsweise wie das Quadrat, welches wir ganz am Anfang gezeigt haben. wird das rotiert um 90 Grad und dann rotieren wir das Ganze noch einmal um 90 Grad. Das heißt, wir schieben hier nicht nur Punkte hin und her, sondern wir rotieren diese komplette komplexe Zahlenebene. Und wenn wir hier herangehen, dann wissen wir auf einmal auch, was i ist. Also diese imaginäre Zahl i, wenn wir sagen, okay, meine plus 1, Rotation 90 Grad i, nochmal Rotation 90 Grad minus 1, dann können wir daraus ablesen, dass wir, um von der plus 1 auf die minus 1 zu kommen, i Quadrat benötigen. Also i Quadrat gleich minus 1, welches wir quasi schon als Grunddefinition komplexer Zahlen lernen würden, wenn wir jetzt einen normalen Kurs darüber hätten. Was bringt uns die i Quadrat gleich minus 1 denn? Nehmen wir mal das Beispiel, wir haben y ist gleich Wurzel minus 16. Dann sagen wir, diese minus 16 ist gleich 16 mal i Quadrat. Also haben wir y gleich 4i. Das bedeutet, dass wir die reellen Zahlen durchaus nochmal erweitern können. Also für diejenigen, bei denen r das Maß der Dinge war, wir sind jetzt in c. komplexe Zahlen und was heißt das für uns denn jetzt? Wir können komplexe Zahlen als Kombination aus Rotation auf dem Einheitskreis sowie einer Dehnung oder Stauchung darstellen, nachdem wir um den Einheitskreis herum die komplexe Zahlenebene komplett rotieren können und wenn wir Punkte außerhalb dieses Einheitskreises benötigen, sagen wir mal, wir möchten hier wieder auf unsere 2i plus 2 wandern, dann können wir die komplexe Zahlenebene um einen Winkel Alpha rotieren und anschließend um eine beliebige Weglänge x dehnen, so dass wir bei dem 2i plus 2 gewünschten Punkt herauskommen. Und das ist eine ganz andere Wahrnehmung komplexer Zahlen oder allgemein von Zahlen, dass wir die rotieren, verschieben, dehnen und stauchen können, wie einfach nur zu sagen, ja, das kann man halt irgendwie zusammenzählen. Und intuitiv bedeutet das, dass wir jeden Punkt in dieser komplexen Zahlenebene durch eine Rotation oder eine Dehnung und Stauchung erreichen können. Und wo bringt uns das jetzt in irgendeiner Art und Weise in Richtung Eulers Formel? Betrachten wir uns den Einheitskreis doch mal ein bisschen genauer. Geht man einen Schritt weiter, dann kann man jede Zahl erreichen, indem man auf dem Einheitskreis spazieren geht, nenne ich das jetzt mal. Und man misst, wie lange man gelaufen ist. Nehmen wir jetzt zum Beispiel 2 hoch i oder fangen wir hier mal an, wir stehen hier bei unserem plus 1 Punkt und wir wollen noch einen imaginären Anteil dazu haben, dann verschieben wir unsere 0 auf die plus 1, dann stehen wir erstmal auf dem Schnittpunkt zwischen Einheitskreis und reeller Zahlengerade und dann müssen wir auf diesen Kreis spazieren gehen, das heißt, wir rotieren diese komplexe Zahlenebene und sind dann auf diesen Einheitskreis x-Rad gelaufen. Also wir können entweder sagen, wir verschieben die 0 auf die plus 1 und rotieren diese komplexe Zahlenebene im Ganzen. Wir können das aber auch vereinfacht so darstellen, dass wir bei plus 1 stehen und wir spazieren jetzt auf diesem Einheitskreis so lange, bis wir bei unserem gewünschten Punkt rauskommen, um x-Rad. Nehmen wir nun als Basis der Potenzfunktion die Euler'sche Zahl e. Wie sich diese Euler'sche Zahl e zusammensetzt, habe ich Ihnen unten nochmal dargestellt und wir müssen jetzt hier mal wie immer von der plus 1 zur minus 1 gelangen. Wir haben ja gerade schon gelernt, okay, das funktioniert, indem wir unsere komplexe Zahlenebene um 180 Grad rotieren. Wir können aber allerdings auch sagen, um von der plus 1 zur minus 1 zu gelangen, muss ich genau π-Rad entlang des Einheitskreises laufen und wir können das darstellen, indem wir folgende Potenzfunktionen uns betrachten. Wir haben die Basis e, die Euler'sche Zahl und wir haben π mal i. Das bedeutet, wenn wir zur Basis e, π mal i Schritte auf dem Einheitskreis laufen, dann kommen wir bei minus 1 raus. Das heißt, die Rotation von plus 1 zu minus 1, wo wir gesagt haben, wir rotieren die komplexe Zahlenebene um 180 Grad, kann formal als e hoch π i gleich minus 1 dargestellt werden und das ist genau die Euler'sche Formel. Das bedeutet, wie weit muss ich denn auf meinem Einheitskreis laufen, um von der plus 1 zu minus 1 zu gelangen und das ist genau e hoch π i. Und zudem haben wir die imaginäre Zahl i kennengelernt und die über die Gruppentheorie ebenfalls eingeführt und zwar mit i Quadrat gleich minus 1. Das bedeutet, wir haben hier die zwei fundamentalen Formeln der komplexen Zahlentheorie erreicht, ohne die klassischen Ansätze zu verwenden. Wir haben i Quadrat gleich minus 1 eingeführt und e hoch π i gleich minus 1, indem wir Zahlen nicht mehr so wirklich als Zahlen betrachtet haben, sondern im Rahmen der Gruppentheorie als mathematische Objekte, denen wir Aktionen zuordnen können und denen eine gewisse Arithmetik unterliegt. Die Gruppentheorie ist dahingehend besonders interessant, weil wir auch Potenzen oder Termen, denen wir in unserer normalen Zahlenvorstellung nicht wirklich eine Bedeutung zuordnen können, eben diese Bedeutung suggerieren können. Und wir haben diese Ableitung erreicht, ohne über den trigonometrischen Pythagoras-Satz und Sinus- und Cosinus-Funktionen zu gehen, wie es in normalen Vorlesungen eben üblich ist. Und diese übliche und klassische Herangehensweise zeige ich Ihnen hier dennoch nochmals, damit Sie beide Wege kennen, damit Sie auch das mal gegeneinander stellen können und sich überlegen können, welche Art und Weise Ihnen denn nun lieber gewesen wäre. Wir können da gerne auch in einem Webinar darüber diskutieren, ist dieser Ansatz, den ich hier gefahren habe, sinnvoll, ist das nicht, bevorzugen Sie lieber die Klassiker oder haben Sie eine ganz andere Idee. Und diese Notation ist zudem auch die Grundlage für Foyer-Reihen und Foyer-Transformationen, also ohne die Eulersche Formel und komplexe Zahlen werden wir hier auch nicht mehr auskommen. Wir machen doch jetzt erstmal nochmal eine Rekapitulation, bevor wir uns dieser klassischen Herangehensweise widmen. Für diejenigen unter Ihnen, die das in Ihrem Studium entweder gar nicht hatten oder wieder verdrängt haben, Sinus- und Cosinus-Funktionen, was ist das denn? Wir betrachten uns hier einmal ein rechtwinkliges Dreieck A, B und C und wir haben unsere Hypotenuse C, unsere Ankathete B und unsere Gegenkathete A. Wir haben die Winkel Alpha, Beta und Gamma und das erinnert Sie wahrscheinlich an Ihre Schule zurück oder an einen Mathe-Vorkurs, wie auch immer. Wir haben hier unseren Sinus, der ist definiert als das Verhältnis der Gegenkathete von Alpha zur Hypotenuse, also der Seite A zu C und wir haben unseren Cosinus, der ist definiert als die Ankathete von Alpha zur Hypotenuse, also B durch C und wir können das Ganze natürlich auch auf einem Einheitskreis darstellen. Wie Sie hier sehen können, wir können hier mittels eines Winkels und unseren Cosinus und Sinus mit der Hypotenuse 1 auf dem Einheitskreis uns bewegen. Das heißt, wir können hier Abstände auf dem Einheitskreis mit Sinus- und Cosinus-Argumenten darstellen. Und für diejenigen, die das verdrängt haben oder noch nicht wissen, habe ich Ihnen hier einfach mal diese Sinus- und Cosinus-Funktion abgetragen. Das können Sie sich mal eine Sekunde ansehen. Das heißt, hier sehen Sie abgetragen die Graphen von Sinus und Cosinus, was man simultan betrachten kann mit dieser Bewegung auf dem komplexen Einheitskreis, wie sich eben diese Verhältnisse verschieben. Das ist hier abgetragen und als trigonometrischen Pythagoras wird die Entität Sinus-Quadrat von Alpha plus Cosinus-Quadrat von Alpha gleich 1 bezeichnet. Das habe ich Ihnen hier nochmal aufgetragen, grafisch, damit Sie sehen können, wie man da drauf kommt. Und als Euler'sche Formel für alle Y der reellen Zahlen gilt eben die Gleichung E hoch IY ist gleich Cosinus Y plus I mal Sinus Y. Wie man da drauf kommt, sehen wir hier. Wir haben hier unseren Cosinus, das ist die Richtung auf der reellen Zahlen-Ebene oder auf der reellen Zahlen-Geraden. Eine Ebene ist es in diesem Fall ja nicht. Und wir sehen, dass der Sinus hier in die imaginäre Richtung zeigt. Deswegen ist der Wert, den der Sinus hier ausgibt, eine imaginäre Zahl oder der imaginäre Teil dieser Zahl. Deswegen steht hier I Sinus Y mit dabei. Und wie weit wir jetzt eben auf diesem Einheitskreis gelaufen sind, um zu diesem Punkt da oben zu kommen, ist eben Cosinus des Winkels plus I Sinus des Winkels, damit wir sehen können, Cosinus nach rechts, Sinus nach oben. Und das ist eben die normale Formel hier dazu. Und wenn wir jetzt natürlich diese Formel E hoch IY gleich Cosinus Y plus I Sinus Y nehmen und für Y einfach mal Pi einsetzen, dann ist es so, dass wir E hoch I Pi plus 1 gleich 0 haben. Und das ist äquivalent eben zu E hoch I Pi gleich minus 1. Also auch unsere Euler'sche Formel, was Sie hier als klassische Herangehensweise gerade aufgezeigt bekommen haben. Sie können sich jetzt natürlich Gedanken machen, was Ihnen in Ihrer Vorstellung natürlich einfacher fällt. Eine Rotation der gesamten komplexen Zahlenebene oder eben den Weg über Sinus und Cosinus Funktionen. Auf jeden Fall sind die zwei Herangehensweise äquivalent, weil wir am Ende bei unserer Euler'schen Formel E hoch I Pi gleich minus 1 herauskommen. Wir steigen hier jetzt auch direkt ein in das Themengebiet Foyer rein und Foyer-Transformationen. Bedenken Sie, dass ich das Ganze ohne Vorwissen aufgesetzt habe. Das heißt, das wird hier keine Profi-Ingenieurs-Veranstaltung mit hoch anspruchsvollen Formulierungen und tiefgehender Mathematik. Das machen wir jetzt hier einfach mal nicht, sondern ich muss ja davon ausgehen, dass Sie alle keinen physikalischen Hintergrund haben. Deswegen machen wir erstmal auch noch eine kurze Wiederholung. Was ist denn eigentlich eine Frequenz? Die Ingenieure unter Ihnen werden jetzt vielleicht leicht schmunzeln. Ich gehe aber wie gesagt davon aus, dass Sie keinen physikalischen Hintergrund haben und dass Sie da kein Vorwissen haben. Die Frequenz kommt vom lateinischen Frequentia und bedeutet Häufigkeit und ist ein Maß dafür, wie schnell bei einem periodischen Vorgang die Wiederholungen aufeinander folgen. Und die Frequenz ist der Kehrwert der Periodendauer und die Einheit der Frequenz ist die abgeleitete SI-Einheit mit dem Namen Herz und definiert ist die Frequenz eben als 1 durch t, eben die Periodendauer t. Und ein Signal kann demnach mit einer einer oder mehreren gegebenen Frequenzen schwingen. Und was ist jetzt nun eine Foyer-Reihe? Und die Grundidee hier ist, dass periodische Signale eine Frequenz besitzen oder aufweisen und diese Signale können als Graph einer Funktion angesehen werden. Und daher unterstellen wir, dass jede Funktion auch eine Frequenz haben kann, welche wir eben herausfinden möchten. Und wir verzichten hier aufgrund des Kursumfangs auf eine Herleitung über Taylor-Approximationen und über Taylor-Reihen. Und daher möchte ich Sie auch bitten, die eher saloppe Darstellungsweise, die wir für die Theorien in diesem Kapitel Signaltheorie aufweisen oder aufwarten, zu entschuldigen, weil ich nicht schon wieder ein Skript haben möchte, was explodiert vom Umfang her. Deswegen verzichte ich hier eher auf mathematische Sauberkeit und lege Mehrwert auf das Grundverständnis der Ideen, die hinter diesen Konzepten stehen. Und fahren wir doch mit der Grundidee mal fort. Im Rahmen der Reihenentwicklung kann man periodische, abschnittsweise stetige Funktionen in eine Funktionsreihe bestehend aus Sinus- und Cosinus-Funktionen überführen. Das heißt, wir nehmen eine Funktion und approximieren diese mittels Lineartransformation durch Sinus- und Cosinus-Funktionen. Das heißt, periodische Funktionen können in Sinus- und Cosinus-Kombinationen zerlegt werden. Und das ist als Foyer-Reihe bekannt und hier zunächst mal nicht mathematisch beschrieben eingeführt. Und wir werden jetzt noch die nötigsten Formeln erläutern. Aber ich rekapituliere das gerne nochmal. Wir haben eine periodische, abschnittsweise stetige Funktion und es ist uns möglich, diese mittels einer Lineartransformation mit Sinus- und Cosinus-Funktionen darzustellen. Das heißt, periodische Funktionen, wie auch immer geartet, können wir darstellen als irgendeine lineare Kombination aus Sinus- und Cosinus-Funktionen. Und das ist als sogenannte Foyer-Reihe bekannt. Und wir schauen uns das jetzt doch erst einmal grafisch an. Was können wir jetzt in diesen vier Bildern sehen? Wir haben hier vier verschiedene Impulse, eine Dreiecksspannung, in dem Fall eine Rechteckspannung, eine leicht verschobene Dreiecksspannung nochmal und eben eine normale Gerade. Und was sehen wir hier? In blau ist jeweils die Grundform zu sehen, selbst wenn die sehr stark überdeckt ist. Deswegen konzentriere ich mich jetzt einfach mal rechts oben auf den Rechtseckspuls. Was sehen wir hier? Wir versuchen, dieses Rechteck mit einer Überlagerung aus Sinus- und Cosinuswellen darzustellen. Und wenn wir da ganz, 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 habe ich schon mal ganz gesagt, ganz viele solcher Cosinus- und Sinuswellen übereinanderlegen, dann schaffen wir das auch. Und am einfachsten ist das auch zu sehen, links unten bei der Gerade. Wir überlagern hier so lange Sinus- und Cosinuswellen, bis im Schnitt eben eine Gerade dabei rauskommt. Das ist grafisch das, was man auch rückwärts sehen kann, als wir zerlegen diese Gerade oder diesen Rechteckspuls so lange, bis wir eben nur noch Sinus- und Cosinuswellen übrig haben. Das ist die Quintessenz der Foyereihen und der Foyerzerlegung. Und wir fangen jetzt hier erst einmal an. Was ist denn eine Foyereie? Ein Signal oder eine Funktion f kann durch periodische harmonische Schwingungen, also aus Sinus- und Cosinusfunktionen verschiedener Phase- und Amplitude sowie exakt definierter Frequenz zusammengesetzt werden, als sogenannte Linearkombination. Da ein Sinus ein phasenverschobener Cosinus ist, kann man hier diverse Additionstheorien benutzen, um mathematisch eine phasenfrei Darstellung zu finden, die wie folgt aussieht. Wir haben unsere Funktion, die besteht aus einem A0 plus eben einer Summe n verschiedener Cosinus- und Sinusfunktionen, die Sie hier sehen können. Das bedeutet, wir können eine periodische Funktion durch Sinus- und Cosinuswellen darstellen und als Linearkombination natürlich, das ist die Grundidee der Foyereie, betrachten wir diese periodische Funktion nun unter den komplexen Zahlen, können wir mittels der Euler-Formel, die wir gerade kennengelernt haben, jede komplexe Zahl als Rotation und Drehung oder Stauchung auf dem Einheitskreis darstellen, wie wir das in der Gruppentheorie eben gesehen haben. Und wenn wir hiervon jetzt auch eine Foyereie uns betrachten, dann sieht das wie folgt aus, wir haben eben von minusunendlich bis unendlich die Summe der Koeffizienten mal e hoch i Omega nt, wobei Omega hier die Kreisfrequenz ist und die Amplituden werden hier durch die cn Omega gegeben, welche wir grafisch gegen Omega auftragen können und somit erhalten wir das Frequenzspektrum. Kommen wir nochmal zu den Foyereie-Koeffizienten. Wir können die formal wie folgt darstellen, diese Koeffizienten von Integral 0,1. Ich habe mir hier die Freiheit genommen, die 1 durch t Skalarprodukte reinzuziehen. Also haben wir Integral von 0 bis 1 von unserer Funktion mal e hoch minus i n Omega t dt. Das ist effektiv die Euler'sche Formel in Integralform geparkt, auf die Funktion bezogen und auf die Koeffizienten umgestellt. Wenn wir eine Kreisfrequenz von 2pi unterstellen, können wir das wie folgt darstellen. Wir haben den Integral von 0 bis 1 unserer Funktion mal e hoch minus 2pi i nt dt. Und das führt uns auch direkt in die Foyereie-Transformation. Die Foyere-Transformation interessiert uns deshalb, weil wir ja nicht unbedingt die Frequenz kennen. Wir haben ja vorher bei der Foyereiche gesehen, dass es bitte eine exakt definierte Frequenz sein möge. Wenn wir jetzt irgendein Signal haben, dann wissen wir ja prinzipiell erstmal noch nicht, was für Frequenzen in diesem Signal denn enthalten sind, um überhaupt eine Reihe bilden zu können. Und deswegen können wir die Foyere-Transformation dahingehend nutzen, Informationen darüber zu unterhalten, welche Frequenzen denn in einem Signal enthalten sind und aus welchen Frequenzen sich eine gewisse Funktion oder ein Signal zusammensetzt. Darüber sprechen wir als nächstes. Bevor wir hier jedoch einsteigen, nachdem das jetzt etwas schnell ging, hätte ich gesagt, wir springen nochmal einen Schritt zurück und wiederholen nochmal die Foyereihe, damit das auch jeder hier nachvollziehen kann. Wir haben ein Signal oder eine Funktion f und diese kann eben durch periodische Schwingungen, also Sinus- und Cosinus-Funktionen verschiedener Phase, Amplitude und exakt definierter Frequenz als Linearkombination zusammengesetzt werden. Nachdem wir Sinus als phasenverschobenen Cosinus darstellen können, können wir hier mathematisch Umformungen vornehmen, um die unten genannte Schreibweise darzustellen. Das bedeutet, wir können unsere Funktionen, unsere eingangs definierten Signale durch Cosinus- und Sinuswellen approximieren. Und wenn wir das Ganze nun unter den komplexen Zahlen betrachten, haben wir ja gelernt, dass wir mittels der Eulerischen Formel oder mittels Eulers Formel jedwede komplexe Zahl als Rotation mit Dehnung oder Stauchung auf dem Einheitskreis darstellen können. Das haben wir in der Gruppentheorie gezeigt. Dementsprechend ist es uns möglich, unsere Funktion als Bewegung um den Einheitskreis darzustellen mit einer Dehnung und Stauchung. Das ist formal mathematisch unten dargestellt. Die Amplituden werden eben durch den Betrag der Funktion cn von Omega, also der Kreisfrequenz, gegeben. Und wenn wir die grafisch gegen die Kreisfrequenz selbst auftragen, erhalten wir eben das Frequenzspektrum. Das ging jetzt gerade in die falsche Richtung. Bitte entschuldigen Sie mich. Betrachten wir nun die Koeffizienten, also nicht mehr, wie können wir die Funktion darstellen, sondern die Koeffizienten selbst. Müssen wir das mathematisch umformen und wie Sie die Koeffizienten, also die Amplituden selbst berechnen können, das sehen Sie hier. Und wir steigen jetzt direkt ein in die Fourier-Transformation, so wie ich das vorher eben angekündigt hatte. Was ist eine Fourier-Transformation? Wir haben zwar eine Funktion und ein Signal, aber wir kennen die Frequenzen nicht, die in diesem Signal enthalten sind. Und mit der Fourier-Transformation ist es uns eben möglich, diese Frequenzen zu extrahieren, um quasi herauszufinden, aus welchen Signalfrequenzen besteht denn unser Signal. Das bedeutet, es ist wie Kuchenbacken. Wir haben einen Kuchen und wir zerlegen den Kuchen so lange in Einzelteile, bis wir herausgefunden haben, aus was der Kuchen genau besteht. Ich weiß, der Vergleich hinkt jetzt ein wenig, aber wir haben eine Ausgangsfunktion f, die wir als Signal interpretieren können und wir zerlegen die Funktion so lange, bis wir wissen, welche Frequenzen da inhärent gegeben sind. Besitzt eine Funktion f, die Periode t, so sind die Kreisfrequenzen Omega k, ein Vielfaches der Grundfrequenz, 2pi durch t, das heißt, wir können unser Omega k als k mal 2pi durch t darstellen. Wenn wir jetzt weitermachen, haben wir aber das Problem, dass wir nicht immer nur periodische Funktionen haben, sondern betrachten wir nun auch nicht-periodische Funktionen, wollen wir dennoch ein Frequenzspektrum erhalten, das heißt, uns auf periodische Funktionen zu beschränken, macht irgendwie keinen Spaß, nachdem die meisten Funktionen und die meisten Signale, die wir aus dem echten Leben extrahieren können, eben nicht unbedingt ganz periodisch sind. Und hier tun wir so, als ob diese nicht-periodische Funktion, ich habe das jetzt halt mal als f mit dem Index nicht-periodisch deklariert, also wir tun also so, als ob diese nicht-periodische Funktion fnp eine unendliche Periodendauer, also t läuft gegen unendlich, aufweist. Und was passiert denn nun jetzt, wenn wir das tun? Was passiert hier mit dem Frequenzspektrum im Grenzübergang? Jetzt können wir sehen, dass unser Delta Omega, das heißt, der Unterschied zwischen den Kreisfrequenzen gegen Null läuft, das heißt, wir erhalten hier ein Kontinuum, das heißt, für das diskrete Frequenzspektrum periodischer Funktionen konvergiert das Frequenzspektrum nicht-periodische Funktionen an ein Kontinuum und aus der Foyer-Reihe wird das sogenannte Foyer-Integral, ich habe Ihnen das hier grafisch und formal nochmal dargestellt, und dieses F-Dach von Omega nennt sich hier Foyer-Transformierte und stellt hier die Foyer-Transformation dar. Man kann das dann wie folgt darstellen, die Foyer-Transformierte ist gleich das Integral von minusunendlich bis unendlich unserer Funktion mal e hoch minus i Omega t dt und hiermit können wir dann quasi ein Spektrum berechnen. Wir führen jetzt hier allerdings noch einen neuen Begriff ein, bevor wir da komplett einsteigen und das ist die sogenannte Fast-Foyer-Transformation, FFT oder auch die schnelle Foyer-Transformation. Hier möchte ich noch darauf eingehen, bevor wir uns tatsächlich Daten und weiteren Konzepten widmen. Was ist denn jetzt nun die Fast-Foyer-Transformation? Die FFT ist eine Abwandlung der diskreten Foyer-Transformation, DFT, welche einen Algorithmus angibt, mit dem die DFT deutlich schneller berechnet werden kann und sich an Einheitswurzeln bedient. Wenn Sie sich hier die Koeffizienten-Matrix betrachten und das Ganze mit Einheitswurzeln durchmultiplizieren, können Sie quasi die Dimensionen dieser Matrizen deutlich reduzieren und kommen zum selben Ergebnis. Es ist so grob informal die Darstellung, wie dieser Algorithmus funktioniert. Die genaue mathematische Definition der FFT schließe ich hier aus Zeitgründen einfach aus und die diskrete Foyer-Transformation deshalb, weil ein gemessenes Signal diskret und endlich angenommen wird. Das ist, denke ich, auch eingänglich, selbst wenn wir jetzt Finanzmarktzeitreihen auf einer Tick-to-Tick-Basis betrachten, ist das immer noch ein diskret zeitlich gemessenes Signal, so wie jeder andere Messaufbau in den Ingenieurswissenschaften auch. Und daher nutzen wir die DFT und um das ein bisschen schneller machen zu können, die FFT. Sie werden feststellen, dass selbst wenn Sie mit kontinuierlichen Foyer-Transformationen rechnen, computertechnisch, das in etwa auch auf FFT-Algorithmen basiert. Und hier rechnet man mit einer entsprechenden Fortsetzung mittels Riemann-Summen, um das Frequenzspektrum zu bestimmen. Und mathematisch werden wir uns hier mit nicht befassen. Ich habe das nur erwähnt, weil eben, wenn wir unsere späteren Python-Videos uns gemeinsam ansehen werden, wir feststellen werden, dass wir mit der FFT arbeiten werden. Und ich der Meinung bin, dass es für Sie durchaus interessant ist, zu wissen, dass es das gibt. Wir fackeln jetzt nicht lange und schauen uns doch mal ein periodisches Signal an. Das habe ich Ihnen hier in Python erzeugt. Wir werden dann in den Videos noch sehen, wie Sie sich sowas selbst erzeugen können. Was können wir hier denn jetzt nun sehen? Wir sehen, es ist ein periodisches Signal, dass sich die Werte immer und immer wiederholen. Wir sehen aber auch, dass das jetzt nicht unbedingt ein einfacher Sinus ist oder auch ein einfacher Cosinus ist. Und hier kommen wir zu Pudels Kern, der Fourier-Reihen und der Fourier-Transformation. Hier ist es möglich, dieses Signal in eine Lineartransformation aus Sinus- und Cosinuswellen zu zerlegen. Und es ist möglich, die Frequenzen, die diesem Signal inne sind oder inhärent sind, zu extrahieren. Ich habe das hier mal grafisch für Sie gemacht. Das heißt, wir wandern jetzt, ich springe noch mal eins zurück. Das heißt, wir wandern hier tatsächlich von der Zeitebene, weil dies ist ein Signal, was über die Zeit abgetragen ist, in die Frequenzebene, was für uns bedeutet, dass wir hier keine Zeitinformationen des Signales mehr haben, sondern die Frequenzinformationen. Das heißt, wir sind hier in der Frequenzdomäne, in der Frequenz-Ebene, wo wir sehen können, okay, welche Frequenz mit welcher Amplitude ist diesem Signal denn inhärent? Aus welchen Bestandteilen besteht unser Kuchen? Und wir sehen hier, wir haben hier eine ganz niedrige Frequenz mit, ich glaube, es war 13er Amplitude. Wir haben hier dann eine 5er Frequenz mit 10er Amplitude und so weiter. Das können Sie hier an den Peaks sehen. Und natürlich sind Sie dann, wenn wir den Python-Code haben, in der Lage, sich selbst solche Signale zu erzeugen und die dann entsprechend zu zerlegen. Und dann sehen Sie hier die einzelnen Frequenzen und die einzelnen Amplituden. Das ist der Sinn der Übung, weil, ich springe nochmal eins zurück, wenn wir uns dieses Signal so ansehen, werden bis auf diejenigen von Ihnen, die sich sowas im Kopf mal schnell überlegen können, wahrscheinlich wenige sagen können, aus welchen Frequenzen sich dieses Signal nun zusammensetzt. Und mittels der Foyer-Transformation können wir diese Frequenzinformation eben extrahieren und uns betrachten. Das heißt, wir wissen, aus welchen Frequenzen zu welcher Amplitude besteht unser Signal. Ich fahre jetzt direkt mal fort und zwar mit einem nicht ganz so periodischen Signal, und zwar mit dem Grillensignal, mit dem Chirpsignal, wo wir sehen, dass sich hier doch einiges verändert über den Zeitablauf. Das heißt, die Frequenz verändert sich beständig. Das Signal wird immer greller, heller, so wie ein Grillenton eben auch beschaffen ist. Und was passiert denn nun mit unserer Foyer-Transformation, wenn wir dieses Grillensignal, dieses nicht-periodische Grillensignal unserer Foyer-Transformation füttern? Wir sehen wieder, dass wir Frequenzinformationen enthalten und wir sehen auch Amplitudeninformationen. Was wir allerdings auch sehen können, ist, dass wir hier an unsere Grenzen stoßen, da sich die Frequenz, aus der hier dieses Grillensignal besteht, permanent, kontinuierlich verändert. Daher verändert sich auch kontinuierlich unsere Foyer-Transformation. Das bedeutet, dass wir hier prinzipielle Probleme bekommen und das ist in der Natur der Sinus- und Cosinuswellen verankert, weil diese sind eben periodisch und hören einfach auch nicht auf. Das heißt, die verändern sich nicht. Über die Zeit, nachdem wir hier auch von Minus-unendlich bis Plus-unendlich integrieren, ist es auch so, dass ein Sinus- und Cosinus sich unendlich fortsetzt. Und das ist bei unserem Grillensignal hier einfach nicht so. Ich springe noch mal eins zurück oder gerade zwei noch mal zurück. Wenn wir uns unser periodisches, kontinuierlich fortsetzendes Signal betrachten, dieses Muster ist rekurrent. Das verändert sich nicht mehr. Das wiederholt sich einfach nur immer und immer wieder. Daher sind wir auch in der Lage, mit einer Foyer-Transformation, die aus Sinus- und Cosinuswellen in einer Lineartransformation bestehen, hier diese Frequenzen zu extrahieren. Wenn wir jetzt unser Grillensignal betrachten, ändert sich die Frequenz ja bei jedem Zeitschritt. Wir haben in jedem Zeitschritt, in jedem Zeitintervall eine andere Frequenz vorliegen. Daher ändert sich natürlich auch unsere Lineartransformation permanent, weswegen wir eigentlich nicht mehr in der Lage sind, diese Frequenzinformationen ordentlich zu extrahieren. Und Sie sehen ja schon, dass das jetzt ein generisches Signal ist, ein künstliches Signal ist, das ich deterministisch, mathematisch vorher definiert habe. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel eine Dow Jones Industrial Average Index Preiszeitreihe ansehen, dann sehe ich ja vorher nicht, was hier die datengenerierenden Prozesse sind, die da dahinter liegen. Das, wenn ich wüsste, würde ich Ihnen wahrscheinlich auch einen Podcast von der Insel schicken. Das wissen wir nicht. Was passiert denn nun, wenn wir sagen, wir nehmen unsere Preise und wir versuchen, die Preise eines Aktienindex oder einer Aktie als Signal zu interpretieren und hier die Frequenzinformationen zu extrahieren, wie wir es eben mit den anderen beiden Signalen gemacht haben. Wir stellen fest, dass Preiszeitreihen keine Frequenzinformationen haben. Okay. Warum haben Sie mir jetzt dann eine knappe Stunde lang zugehört, nur um festzustellen, dass Preise keine Frequenzinformationen haben? Also ist die ganze Übung doch umsonst. Unsere Arbeitshypothese ist falsch und wir können das Ganze für Finanzmärkte vergessen. Ganz so ist es noch nicht. Wir haben noch eine letzte Rettung und zwar unsere Renditen. Wir schauen uns mal die ersten Differenzen an. Wir gucken uns mal unsere Aktienrenditen an, unsere Dow Jones 30 Indexrenditen über die Zeit und tun jetzt einfach mal so, wie wenn das hier ein besseres Grillensignal ist oder wie wenn das ein besseres periodisches Signal ist und wir tun so, wie wenn wir hier Frequenzen extrahieren können. Und wenn wir das tun, machen wir zwei fundamentale Feststellungen. Feststellung 1 ist, Juhu, Aktienrenditen haben Frequenzinformationen und die zweite Feststellung ist nicht mehr ganz so Juhu und zwar die Frequenzen ändern sich permanent, genau wie bei unserem Grillensignal, womit die Foyer-Transformation als Analysemöglichkeit für Finanzmarktdaten effektiv ausfällt, weil mit diesen Bildchen können wir absolut nichts anfangen. Das hilft uns in keinster Art und Weise, hier ein Continuum zu bekommen, wo sich die Frequenzen permanent ändern. Ich springe jetzt hier nochmal ein paar Bilder zurück. Wir möchten sowas hier haben. Ich möchte für meine Finanzzeitreihe wissen, aus was für Frequenzen besteht denn meine Finanzzeitreihe, weil dann kann ich genau dieses Signal replizieren und wenn es periodisch ist, vorhersagen. Das ist die Quintessenz hinter dieser Idee, die Signaltheorie auf Finanzmärkte anzuwenden. Das können wir hier aber nicht, weil unsere Finanzmarktzeitreihe, wenn wir die Preise betrachten, gar keine Frequenzinformation aufweist, oder wenn wir uns die Renditen angucken, wir hier ein Grillensignal bekommen und es uns die Foyer-Transformation wortwörtlich um die Ohren haut. Das heißt, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Wir haben zwar die Erkenntnis gewonnen, die Arbeitshypothese stimmt doch. Wir können Frequenzinformationen aus unseren Finanzrenditezeitreihen extrahieren. Allerdings stehen wir hier erstmal vor einer Wand und kommen so nicht weiter. Daher fahren wir jetzt erst einmal fort und führen eine Erweiterung der Foyer-Transformation ein, und zwar die sogenannte Kurzzeit-Foyer-Transformation oder auch Short-Time-Foyer-Transformation, die auch als Gabor-Transformation bekannt ist. Die Kurzzeit-Foyer-Transformation ist eine Methode, um die zeitlichen Änderungen des Frequenzspektrums eines Signales darzustellen, während die Foyer-Transformation keine Informationen über die zeitlichen Änderungen des Spektrums bereitstellt, kann die Kurzzeit-Foyer-Transformation solche abbilden, indem eine sogenannte Fensterfunktion genutzt wird. Was heißt das jetzt? Wir haben ja gesehen, die Foyer-Transformation zeigt mir nur, dass sich die Frequenz permanent ändert, aber diese Information, dass die Frequenzen sich verändern über einen Zeitraum, kann die Foyer-Transformation so nicht abbilden, und die Kurzzeit-Foyer-Transformation nimmt eine sogenannte Fensterfunktion und diese Fensterfunktion teilt das Signal in gleiche Zeiteinheiten auf und wir tun dann quasi so, wie wenn die Zeit innerhalb dieses Fensters wieder periodisch ist und die können wir dann mit einer normalen Foyer-Transformation zerlegen und dann zusammenbauen. Das zeigt uns das erste Mal eine Auflösung in der Frequenzzeitebene, sogenannte Resolution, und das ist ein Punkt, bei dem verbleibe ich jetzt erstmal kurz. Wir haben ja vorher gesagt, ich möchte für meine Finanzzeitreihe bitte eine saubere Foyer-Transformation bekommen, weil ich dann das Signal aus meinen Frequenzen und Amplituden zusammensetzen und vorhersagen kann. Das funktioniert leider nicht, sonst wären wir alle sehr, sehr reich und wir haben festgestellt, okay, wir haben das Problem, Preise haben gar keine Frequenzinformation und Renditen sich veränderliche Frequenzinformationen. Wenn wir jetzt die Kurzzeit-Foyer-Transformation nutzen, haben wir, selbst wenn wir die Frequenzinformationen bekommen würden, ja das Problem, dass wir nicht wissen, an welchem Punkt im Signal diese Frequenzinformation denn auftritt. Vorher hätten wir das gar nicht gebraucht, weil wir ja dann ein sich vorsetzendes Signal gehabt hätten. Nachdem wir das aber nicht haben, müssen wir nicht nur wissen, wie ändert sich denn die Frequenz über die Zeit, sondern an welchem Punkt in der Zeit haben wir denn welche Frequenz vorliegen. Und mit der gefensterten Foyer-Transformation, also mit dieser Kurzzeit-Foyer-Transformation, bekommen wir das allererste Mal eine Auflösung, die mir zumindest auf Fensterbreite zeigt, in dieser Fensterbreite haben wir folgende Frequenz. Das ist das, was das Modell der Kurzzeit-Foyer-Transformation mir sagt. Ich bekomme eine Auflösung in der Frequenzzeitebene, das heißt, ich weiß ab in einem gewissen Zeitabschnitt, welche Frequenz vorhanden ist. Und das nennt sich zu Englisch Resolution und das ist eine Erkenntnis, auf der darf man ruhig mal ein bisschen rumreiten, weil die ist schon gut. Gut, wie stellt sich denn die Kurzzeit-Foyer-Definition definitorisch denn jetzt nun dar? Auf die mathematischen Details und die Herleitung verzichten wir hier. Wie ist denn hier die Formulierung? Und wir sehen nun, dass wir hier unser Signal haben, unser x als Signal, und das hängt nicht nur mehr von der Kreisfrequenz ab, sondern von einem Parameter tau, der hier auch als t-tau in unserem Foyer-Integral auftaucht. Und was ist das tau? Das tau ist unsere Fensterbreite. Und ich habe Ihnen mal so solche Fenster, so eine Zeit-Frequenz-Ebene unten abgebildet. Das heißt, wir haben auf der einen Achse die Zeit und auf der anderen Achse die Frequenz und wir können quasi das Signal in Scheibchen schneiden und sagen, hier in diesem Fenster ist die Frequenz folgende und wir tun jetzt einfach mal so, wie wenn das Signal innerhalb dieses Fensters bitte periodisch ist, sodass wir damit eine ganz normale Foyer-Transformierte berechnen können. Und wir testen das jetzt gerade mal. Ich habe Ihnen hier mal ein Trägersignal geplottet und ganz viel Rauschen dazu gepackt. Also wir haben hier irgendwo eine Frequenz drin, die uns interessiert und der Rest ist noise, der Rest interessiert uns nicht. Und wenn wir nun diese gefensterte Foyer-Transformation berechnen, et voilà, und wir sehen das Trägersignal und wir sehen auch die Rauschfrequenzen außenrum, aber wir sehen hier über die Zeit, welche Frequenz hier im Signal inhärent ist. Das heißt, wir sehen nicht nur die Frequenz selbst, sondern wir sehen das Signal über die Zeit abgetragen und das ist schon gar nicht so schlecht, sowas, wenn wir für unsere Finanzzeitreihen ebenfalls bekommen würden, wäre das schon mal nicht schlecht. Da könnten wir damit anfangen, damit könnten wir arbeiten. Deswegen habe ich jetzt hier mal den Index gewechselt. Wir haben jetzt mal den Nikkei 225 Index und ich habe mir hier die Returns genommen, weil wir haben ja gelernt, die Preise und Frequenzen, das funktioniert nicht so und das ist bei der gefensterten Foyer-Transformation nicht besser. Und wir sehen hier, die normale Foyer-Transformation sagt mir zwar, wir haben Frequenzinformationen, aber wirklich da Erkenntnisse daraus ziehen können wir nicht. Und jetzt sehen wir uns doch mal die STFT an und was stellen wir denn fest? Wir stellen fest, dass dieses Bildchen, wenn man länger drauf staut, halluzinogene Wirkung erzeugt. Aber was sehen wir hier? Wir sehen, dass innerhalb von kleinen Zeitabschnitten durchaus Frequenzinformationen vorhanden ist, aber das hilft uns für unsere Analyse erstmal noch nicht. Wir sehen hier, es gibt hochfrequente Teile und Zeitpunkte und es gibt niederfrequente Zeiten und Zeitpunkte. Das hat damit was zu tun, dass natürlich in Krisenzeiten die Trading-Aktivitäten erhöht sind und das können wir uns in den Frequenzen natürlich wiedergespiegelt ansehen. Hier sehen wir aber gleichzeitig auch die Nachteile dieser Short-Time-Foyer-Transformation und zwar, dass die Fensterbreiten konstant sind und dass wir weiterhin das Problem haben, wenn wir die Fensterweiten nicht korrekt spezifizieren, dann wir diese Annahme innerhalb dieses Fensters ist das Signal periodisch verletzen und demnach auch keine richtige Aussage bekommen würden. Und deswegen ist das zwar der Schritt in die richtige Richtung, aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was wir uns wünschen würden. Und on top, sage ich mal, haben wir noch ein weiteres Problem und zwar die sogenannte Heisenbergsche Unschärferelation, die uns unser Wunschdenken hier zeitliche Lokalität mit Frequenzdeterminismus ziemlich gut zerhageln wird. Warum treffe ich jetzt die Aussage, dass uns die Heisenbergsche Unschärferelation uns unser Wunschdenken zerhagelt? Ich rekapituliere nochmal, wir hatten ja die naive Idee, wir nutzen eine Foyer-Transformation und nehmen diese zu Hilfe, um Frequenzinformationen aus unseren Finanzzeitreihen zu extrahieren, weil wir ja dann die einfach nur zusammenbauen können, determinieren können und wir verdienen Geld und dann sind wir hier fertig. Da haben wir festgestellt, nein, das funktioniert nicht, da sich die Frequenzen einer Finanzreihe genau wie die des Grillensignales permanent verändern. Die haben eine Dynamik und wir sind dann hergegangen und haben uns die Kurzzeit-Foyer-Transformation zur Hilfe genommen und haben gesagt, gut, dann schneiden wir eben unsere Zeitreihe in verschiedene Breiten, also in verschiedene gleiche Breiten und tun so, wie wenn das Stück, was wir da rausschneiden, wieder periodisch ist und zerlegen das mit einer normalen Foyer-Transformation, nur um dann festzustellen, dass wenn wir diese Fenster nicht ordnungsgemäß spezifizieren, wir diese Annahme verletzen können und wir eben, wenn wir diese Scheibchen kleiner machen, Probleme bekommen, das sehen wir gleich noch und wenn wir die Scheibchen zu groß machen, die Annahmen verletzen, das heißt, da sehen wir zwar, ey, es gibt unterschiedliche Frequenzen in unseren Finanzzeitreihen, aber um unseren Ruhestand vor 30 noch zu gewährleisten, reicht das halt irgendwie auch nicht. Deswegen reden wir jetzt erst einmal über die Heisenbergsche Unschärferelation, um auch diese Aussage abzudecken, wenn wir die Fensterchen zu klein machen, bekommen wir auch Probleme, daher die Frage, was ist denn die Unschärferelation? Die Heisenbergsche Unschärferelation oder Unbestimmtheitsrelation ist eine Aussage aus der Quantenphysik, dass zwei komplementäre Eigenschaften eines Teilchens nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmbar sind. Wir reden hier, wenn wir bei Teilchen sind, von Ort und Impuls des Teilchens und die Unschärferelation ist prinzipieller Natur und keine technische Herausforderung. Diesen letzten Satz sollten Sie sich hier mal auf der Zunge zergehen lassen, das heißt, unsere Probleme sind nicht gelöst, indem wir einen besseren Algorithmus schreiben, indem wir einen stärkeren Computer hinsetzen oder statt einem Physiker drei Physiker in einen Raum einsperren und sagen, macht mal, so funktioniert das nicht. Die Heisenbergsche Unschärferelation ist prinzipieller Natur, das heißt, wir können sie nicht umgehen, weder in der Quantenphysik noch auf den Finanzmärkten. Dieses Ding steht fest im Raum und an dieser Unschärferelation kommen wir auch nicht vorbei. Betrachten wir Teilchen bei einfallenden Lichtquanten in ein Messinstrument. Das ist das, was wir jetzt gerade tun. Also wir haben kein Interesse mehr an Finanzmarktzeitreihen, wir machen jetzt lieber einfallende Lichtquanten in Messinstrumente und dann sehen wir, dass die Ungenauigkeit Delta X des Ortes abhängig ist von der Wellenlänge des verwendeten Lichtes, das heißt, je nachdem, welche Wellenlänge und welches Licht ich eben in mein Messinstrument einfallen lasse, verändert sich die Ungenauigkeit Delta X des Ortes des Teilchens und das Lichtquant lenkt hier das Teilchen ab, wodurch der Impuls eine Unbestimmtheit Delta P erfährt. Das nennt sich auch sogenannte Kontenstreuung, auf die wir hier mathematisch nicht eingehen werden und die Untergrenze leitet sich hier aus dem De Broglie Beziehungen ab, die stellen wir hier auch nicht vor und kann nicht kleiner sein als die Naturkonstante, also das Planck'sche Wirkungsquantum H. Das heißt, wir können sagen, dass das Delta X mal das Delta P in etwa dieses Wirkungsquantum ist, das heißt, dass die Ungenauigkeit des Ortes und die Ungenauigkeit oder die Unbestimmtheit des Impulses eben in etwa das Wirkungsquantum darstellt und wir können das Ganze in eine Streuungsrelation umschreiben, das heißt, dass die Standardabweichung von X, also die Standardabweichung von X, die Streuung des Ortes und die Streuung des Pulses größer oder gleich ist H gestrichen durch 2 und H gestrichen durch 2 ist hier dieses Planck'sche Wirkungsquantum geteilt durch 2 Pi und das bedeutet für uns, um jetzt nicht zu stark hier in die Teilchenphysik und die Quantenphysik einzusteigen, das bedeutet für uns, dass wir Ort und Frequenz nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmen können und naturellen Grenzen unterliegen. Das ist hier die Quintessenz der Heisenbergschen Unschärferelation und diese Quintessenz sagt uns, lieber Banker, lieber Quant, lieber Finanzanalyse, diese Idee, diese Fensterbreiten so klein wie möglich zu machen, um doch irgendwie noch herauszufinden, an welchem Zeitpunkt sich genau welche Frequenz befindet, kannst du dir haken, das funktioniert nicht, du unterliegst dir dieser naturellen Grenze, das heißt, selbst wenn wir technisch und algorithmisch so gut werden, wie es nur irgendwie geht, können wir die Ortfrequenz Schlüsselung und diese Auflösung nicht über die Heisenbergschen Unschärferelation hinaus erweitern, wir können da nicht genauer werden, das funktioniert nicht. So, jetzt haben wir grundsätzlich mehrere Probleme, die Foyer-Transformation funktioniert nicht, die gefensterte Foyer-Transformation hat zu viele Krankheiten, das heißt, wenn das Fenster zu groß ist, ist es blöd, weil dann verlieren wir diese Periodizitätsannahme, wenn das Fenster zu klein ist, sagt die Heisenbergschen Unschärferelation ja, nö und uns gehen langsam die Möglichkeiten aus, weswegen wir unsere Spielzeugkiste mal ein bisschen erweitern und jetzt mal über Wavelets sprechen, um irgendwie doch noch eine Lösung für diese genannten Probleme zu finden. Kommen wir mal direkt zur Einführungsfrage, wer oder was ist denn ein Wavelet? Ein Wavelet kommt aus dem Französischen und bedeutet ondolette, das heißt kleine Welle oder welchen und ist die Basisfunktion einer kontinuierlichen oder diskreten Wavelet Transformation und die Wavelet Transformation ist die Verallgemeinerung der Kurzzeit Foyer Transformation, die wir gerade eben kennengelernt haben. Die Wavelet Transformation behält jedoch die Lokalisierungseigenschaft unter Berücksichtigung eben der Heisenbergschen Unschärferelation auch in der Zeitebene bei, während das bei der Foyer Transformation vollständig verloren geht, wo sich die Wavelet Transformation von der Kurzzeit Foyer Transformation, die ja eben auch Zeit und Frequenz Information bereitstellt, unterscheidet. Das lernen wir jetzt im Folgenden. Bevor wir jedoch anfangen, nachdem ich ja für den gesamten Kurssignaltheorie weniger Mathe und mehr visuelle Wahrnehmung auf die Agenda geschrieben habe, schauen wir uns doch als allererstes mal Wavelets an. Was ist denn ein Wavelet? Wir können hier unterscheiden zwischen stetigen und diskreten Wavelets, wobei man die auch ineinander überführen kann. Schauen wir uns das doch mal an und wir sehen hier, das sind tatsächlich welche, die sind lokal begrenzt und was die für Eigenschaften haben, sehen wir gleich noch. Ich gebe Ihnen mal 10 Sekunden, sich das anzusehen, wie wir diese Wavelets plotten werden, zeige ich Ihnen dann in den breiten Videos. So, was ist denn jetzt ein Wavelet Teil 2? Ein Wavelet Psy ist im diskreten Fall die erzeugende Funktion eines affinen Systems von Funktionen, welche eine Hilbert-Basis, das heißt ein vollständiges Orthonormal-System im Funktionenraum bilden. Die Koeffizienten werden zumeist mittels mathematischer Faltungen berechnet und die mathematische Darstellung oben genannter Aspekte ist sehr anspruchsvoll, sehr umfassend und ich habe mich entschieden, Sie für diesen Kurs auszuschließen. Sollten Sie sich für die mathematischen Hintergründe eines Orthonormal-Systems, eines Affin-Systems oder Hilbert-Basen und Hilbert-Räumen und Prä-Hilbert-Räumen und Funktionsräumen generell interessieren, kommen Sie gerne auf mich zu. Ich stelle Ihnen das bereit. Sollten Sie das für irgendwelche Arbeiten oder Sonstiges benötigen, für diesen Kurs habe ich das jetzt erstmal ausgeschlossen, da wir ja im Hinblick auf den Umfang eher den grafisch-visuellen Ansatz verwendet haben. Und kommen wir mal zur Wavelet-Transformation. Wavelets werden in der Signalverarbeitung verwendet, in der Bild- und Audiodatenkompression und jeder von Ihnen hat schon mal eine JPEG-Datei erzeugt oder gesehen, da benutzt man Wavelets, die kommen dort zum Einsatz. Und grundlegend kann man hier zwischen diskreter Wavelet-Transformation, DWT, und stetiger Wavelet-Transformation, CWT unterscheiden. Und wo ist jetzt der Unterschied zu einer Kurzzeit-Foyer-Transformation und was ist ein Wavelet? Das haben wir gesehen, Wavelets sind diese kleinen Wällchen. Was wir damit anstellen werden, sehen wir gleich noch. Und bei einer Wavelet-Transformation im großen Unterschied zu einer Kurzzeit-Foyer-Transformation ändern wir die Fenstergrößen. Das heißt, wir sind bei einer Kurzzeit-Foyer-Transformation hergegangen und haben gesagt, okay, wir schneiden unser Signal in gleich große Scheiben und tun quasi so, wie wenn unser Signal innerhalb dieses Fensters, was wir ausgeschnitten haben, periodisch ist. Aber wir haben die Scheiben, die wir ausgeschnitten haben oder die Fenster, die wir ausgewählt haben, immer konstant groß gelassen. Bei einer Wavelet-Transformation als Verallgemeinerung der Kurzzeit-Foyer-Transformation ändern wir diese Fenstergrößen entsprechend. Was heißt das jetzt? Ich habe Ihnen nochmal vier Grafiken mitgebracht, die Ihnen den Weg, den wir hier durch den Kurs gehen, auch aufzeigen sollen. Wir beginnen einfach mal links oben und wir sehen hier eine Zeitserie, in der wir keinerlei Frequenzinformationen erhalten, aber wir wissen exakt, zu welchem Zeitpunkt welcher Wert sich einstellt. Nehmen wir wieder unsere Aktie, wir wissen die Tagesschlusskurse, wir wissen genau, zu welchem Zeitpunkt welcher Preis gestellt ist, allerdings können wir nichts über die Frequenz sagen und das ist bei einem Nicht-Finanz-Signal ähnlich, wir wissen genau, zu welchem Zeitpunkt welcher Wert in diesem Signal vorhanden ist, wir können aber nicht sagen, welche Frequenz wir haben. Daher sind wir auf die Idee gekommen, Chaka die Waldfee, wir nehmen Fouillet-Transformation, dann bekommen wir unsere Frequenzinformationen, das sehen Sie jetzt rechts oben. Es ist auch so, dass wir für periodische Signale und für nicht-periodische Signale in einer ähnlichen Art und Weise hier ein Frequenzspektrum erhalten, das heißt, wir bekommen Informationen, welche Frequenz ist denn unserem Signal inhärent, aus welchen Frequenzen setzt sich denn unser Input-Signal zusammen. Allerdings können wir zwar sagen, es gibt diese Frequenz in diesem Signal, sagen wir mal die 15 Amplitude bei 20 Hertz, die haben wir in diesem Signal, ich kann Ihnen aber leider nicht sagen, wo. Wir wissen zwar, dass diese Frequenz dann im Signal enthalten ist, aber über den Zeitpunkt, wann diese Frequenz im Signal auftritt, kann ich Ihnen absolut gar nichts mehr sagen, wir verlieren quasi die Zeitinformationen, um Frequenz Informationen zu erhalten. Das ist der große Nachteil einer Foyer Transformation. Deswegen sind wir hergegangen und haben diese Foyer Transformation erweitert auf die Kurzzeit Foyer Transformation, auf unsere Fenster Foyer Transformation, wie wir das links unten sehen können. Diese Short-Time Foyer Transformation sagt mir nämlich, okay, ich schneide mein Signal in Fenster, ich unterteile mein Signal in konstant große Fenster und tue quasi so, wie wenn diese Fensterbreite innerhalb dieser Fensterbreite mein Signal periodisch ist und ich eine normale Foyer Transformation darauf anwenden kann. Das heißt, ich bekomme Frequenzinformationen innerhalb dieses Zeitfensters und das ist das allererste Mal, dass wir eine sogenannte Resolution, eine Zeitfrequenz Auflösung wahrnehmen können. Wir haben hier allerdings mehrere Probleme festgestellt und zum einen, wenn wir die Fenster zu groß wählen, verlieren wir eben diese Periodizitäts Annahme und wenn wir die Fenster zu klein machen, sagt uns die Heisenbergsche Unschärferelation ja, nö, ist nicht. Deswegen gibt es hier diese Erweiterung, die sogenannte Wavelet Transformation, in der wir diese Fenstergrößen oder Fensterbreiten variieren. Und wenn Sie sich dieses Bild rechts unten genauer ansehen, haben wir beides in einem Bild. Wir haben die Frequenzinformationen und wir haben die Zeitinformationen und wir haben noch einen Übergang. Das ist der große Vorteil einer Wavelet Transformation, dass wir Frequenz- und Zeitinformationen erhalten können im Hinblick auf die Heisenbergsche Unschärferelation. Das heißt, hier kriegen wir das Beste aus beiden Welten. Wir kriegen zum einen Frequenzinformationen und wir kriegen Zeitinformationen. Und wie genau das funktioniert, das sehen wir im Folgenden. Wir beginnen hier mit der kontinuierlichen Wavelet Transformation. Sie können hier eben die Transformationsformel sehen, wie dargestellt. Hierbei ist xt die zu transformierende Funktion. Hier also das Signal, an dem wir interessiert sind. Sy von t ist eine Wavelet Funktion, ein sogenanntes Mutter Wavelet. Wavelets haben Sie ja vorher grafisch schon gesehen. Diese Wavelets haben auch eine funktionale mathematische Entsprechung und genau die ist eben durch das Psy von t gegeben. B ist der sogenannte Translationsparameter für die zeitliche Dimension und A ist ein Skalierungsparameter für verschiedene Frequenzparameter. Und was können wir jetzt hier sehen, was machen wir damit? Aus diesem sogenannten Mutter Wavelet kann man eine ganze Wavelet Familie ableiten, ein Vater Wavelet, was für die Skalierung quasi zuständig ist, also eine Skalierungsfunktion, ein Baby Wavelet, was quasi die translatierte, also die verschobene und skalierte Variante des Mutter Wavelets darstellt. Wir haben hier mal so ein Wavelet als Psy AB ist gleich 1 durch A als Skalierungsfaktor von Psy von t minus B ist die Skalierung geteilt doch eben nochmal durch A B ist hier quasi zuständig für die zeitliche Ebene und das Mutter Wavelet an sich ist für die Skalierung zuständig. Wir nehmen das Mutter Wavelet und was machen wir damit? Wir ziehen das, wir stauchen das und wir manipulieren das in verschiedene Baby Wavelets und wir können diese kontinuierliche Wavelet Transformation auch als Skalarprodukt schreiben, so wie es hier unten dargestellt ist. Ein Wavelet unterliegt einer Zulässigkeitsbedingung damit dieses überhaupt als valide anzusehen ist, das heißt nicht jede Wellenfunktion ist gleichzeitig auch ein Wavelet, das muss bestimmte Eigenschaften erfüllen, daher ist es gar nicht so einfach ein valides Wavelet überhaupt zu finden. Diese Bedingungen können Sie hier sehen, das bedeutet effektiv dass diese Integral klein und unendlich sein muss, also quasi das Verhältnis der quadrierten Wavelet Fourier transformierten zu eben der Kreisfrequenz darf integriert nicht größer wie unendlich werden oder darf nicht unendlich werden sondern muss endlich sein und zudem gilt, dass die Wavelet transformierte von der Kreisfrequenz gleich 0 auch 0 sein muss und zudem hat ein Wavelet einen Mittelwert von 0 und somit finite Energie damit haben wir denke ich die Haupteigenschaften erstmal abgedeckt zudem kann die ursprüngliche Funktion mittels der Rekonstruktionsformel aus der Wavelet Synthese zurückgewonnen werden diesen Vorgang zeigen wir im Kurs hier leider auch nicht also es ist durchaus möglich mit der Unterlegung die wir mit einer Wavelet Transformation erhalten rekurrent das Signal wieder rückwirkend zusammenzusetzen und was genau machen wir denn jetzt mit einem Wavelet was ist hier der genaue Vorgang wir nehmen hier ein Wavelet und wir schieben dieses Wavelet durch unser Signal das nennt sich Translation Verschiebung des Mutter Wavelets durch das Signal das dient zur Zeitlokalisierung und wir haben die sogenannte Skalierung das bedeutet wir stauchen oder dehnen dieses Mutter Wavelet um Frequenz Informationen zu erhalten beachten sie bitte dass diese Bestimmung der Koeffizienten auf mathematischen Faltungen basiert was können wir hier noch dazu sagen diese Fenstergrößen die wir wählen haben eine Fläche ungleich 0 das bedeutet dass wir die Fenstergrößen nicht gegen 0 laufen lassen können wie ich es bei der Kurzzeit Foyertransformation schon angesprochen habe das liegt an der Heisenbergschen Unschärferelation das heißt wir können hier nicht beliebig genau werden das funktioniert nicht und obwohl wir hier die Höhe und die Breite des Fensters verändern bleibt die Fläche jedoch konstant das ist noch eine Eigenschaft die wir hier mitgeben sollten und ich fasse das nochmal zusammen wir haben ein Signal und wir nehmen ein Wavelet und wir schieben das durch unser Signal durch danach nehmen wir das Wavelet ziehen das ein bisschen länger oder stauchen das zusammen und wiederholen diesen Vorgang immer und immer wieder und demnach bekommen wir ein entsprechendes Spektrum raus was eben diesen differierenden Fensterbreiten und Höhen entspricht was gibt es zudem noch zu sagen das haben wir hier noch gar nicht so dargestellt wir führen auch einen neuen Begriff ein der der sogenannten Skalen wenn wir sehr niedrige Skalen haben haben wir hohe Frequenzen das heißt Frequenzinformation und wenn wir sehr hohe Skalen haben haben wir niedrige Frequenzen das heißt das sind die Frequenzen länger so wir gehen mal her und schauen uns das in der Praxis an ich habe Ihnen hier nochmal die Tesla Rendite Serie mitgebracht und ich habe Ihnen auch eine geometrische braunsche Molekularbewegung mitgebracht weil was ich Ihnen ja noch schuldig bin ist die Erklärung wo kann ich denn jetzt unterscheiden eine geometrische braunsche Molekularbewegung und eine Aktie wie kann ich das Ganze denn unterscheiden und wir beginnen hier als erstes einmal noch mal festzustellen dass die Rendite Ausschläge der echten Finanzzeitreihe wesentlich größer sind wie die der simulierten geometrischen braunischen Molekularbewegung wir werden jetzt aber auch nacheinander eben diese Rendite Serien zerlegen mittels einer Wavelet Transformation und uns hier entsprechend die Ergebnisse ansehen werden uns zuerst die Ergebnisse die Zerlegung der kontinuierlichen Wavelet Transformation für die echten Daten ansehen und anschließend diejenigen der gebrochenen braunischen Molekularbewegung lassen sie das nächste Bild einfach mal auf sich wirken ich gebe ihnen dazu einige Momente ich hoffe sie hatten genügend Zeit einen ersten Eindruck dieses Power Spektrums für die Wavelet Transformation zu erhalten was sehen wir denn hier jetzt wir haben auf unserer x-Achse die Zeit abgetragen und auf unserer y-Achse die sogenannten Skalen das bedeutet kleine Skaler hohe Frequenz hohe Skaler niedrige Frequenz und wir sehen hier quasi über die Zeit hinweg im Hinblick auf die Heisenbergsche Unschärferelation abgetragen die Frequenz Zeit Information einer Wavelet Transformation und wir können hier sehr viele Informationen rausziehen wir können hier natürlich verschiedene Zeitebenen betrachten und wir können hier auch sehen wie sich die Frequenz über die Zeit verändert und wir können auch wenn wir hier eine Jahresskalierte Zeitachse drüber legen erkennen dass die Frequenzen und die Koeffizienten in Krisenzeiten deutlich höher sind und einschneidender sind wie normal dazu kommen wir allerdings erst im Teilausblick in die Forschung seien sie hier mal gespannt auf jeden Fall können wir hier die Probleme zumindest im Ansatz lösen wir bekommen eine variable Zeitfrequenz Auflösung mit der wir tatsächlich arbeiten können und das ist jetzt natürlich das Power Spektrum für die Tesla Renditen ich werde Ihnen das Ganze jetzt mal für die Renditen der Braunsch Molekularbewegung zeigen damit Sie auch direkt erkennen können wenn Sie sich nicht nur die Renditen ansehen da sehen Sie auch dass der Unterschied zwischen einer Zeitreihe und einem stochastischen Prozess auffällt aber besonders wenn Sie sich die Frequenz Information und die Power Spektren von Wavelets ansehen da sehen Sie ganz genau wo der Unterschied zwischen einer realen Finanzzeitreihe wie Sie es hier sehen und einer Braunsch Molekularbewegung liegen ich schalte jetzt einfach mal um und behalten Sie im Hinterkopf selbes Wavelet selber Algorithmus alles gleich nur dass ich statt den echten Finanzrenditen eben die realisierten Renditen einer Braunsch Molekularbewegung dem der Transformation übergeben habe und was sehen wir wir sehen eigentlich nichts mehr das ist wie wenn wir hier den Ofen ein und ausschalten Ofen an Ofen aus Ofen an Ofen aus mal noch einen Witz am Ende zu machen wir sehen hier um es auf den Punkt zu bringen dass die Realisierung einer gebrochenen Braunsch Molekularbewegung keinerlei Frequenz Information enthält warum das so ist da gibt es eine Erklärung dazu diese Erklärung bekommen Sie von mir im Ausblick in die Forschung da kann ich noch näher darauf eingehen warum denn nun hier unsere Finanzzeit Reihen Renditen massive hoch signifikante Koeffizienten aufweist und unsere Realisierung eines Zufallsprozesses nicht dazu kommen wir noch dazu gibt es eine Erklärung merken Sie sich an dieser Stelle aber einfach mal stochastische Zufallsprozesse haben keine Frequenzinformation Was gibt es denn noch wir haben jetzt gesehen es gibt eine kontinuierliche Wavelet Transformation es gibt auch noch eine diskrete Wavelet Transformation die sogenannte DWT die diskrete Wavelet Transformation ist eine Aneinanderreihung diverser Hoch- und Tiefpassfilter welche rekurrent eingesetzt werden sogenannte Kaskade von Filtern und die kontinuierliche Wavelet Transformation wird praktisch auf diese Weise gerechnet da sind wir wieder dabei dass ein Computer eigentlich keine richtige Zufallsziehung machen kann dass wir kontinuierlich mit einem Computer eigentlich gar nicht abbilden können allerdings ist das jetzt auch wieder nur so eine Randbemerkung analog zu stochastischen Prozessen ist es hier möglich diskrete in kontinuierliche Wavelets respektive Wavelet Transformation umzuwandeln darauf gehen wir hier nicht ein und ich habe mir auch überlegt ob wir hier diese Rauschreduktionen mittels Wavelet in den Kurs aufnehmen ich habe mich dann letzten Endes dagegen entschieden da das doch etwas zu aufwendig und zu viel wird und wir doch in der Zeit schon sehr fortgeschritten sind daher habe ich Ihnen hier nochmal die vorletzte folie für diese veranstaltung aufgelegt und zwar das ist mal ein übersichts diagramm wie denn eine dvt aussehen kann wir haben ein signal und wir splitten diese signalen mittels hochpass und tiefpass filter der hochpass filter gibt uns hier die sogenannten approximations koeffizienten währenddessen uns der tiefpass filter die detail koeffizienten liefert und dieser tiefpass filter was da rauskommt als ergebnis wird wieder in ein hochpass und tiefpass filter gesplittet und so weiter deswegen haben wir auch den begriff der kaskade in den raum gestellt und wenn wir das immer und immer weiter betreiben können wir auf verschiedenen leveln eben dieses signal zerlegen und da kommen wir auch zur letzten folie der veranstaltung ich bin hier nochmal auf das chirp signal zurückgesprungen das ist das was wir ganz am anfang der veranstaltung gesehen haben und habe dieses grillensignal einmal mit einer diskreten wavelet zerlegung auseinander genommen um es mal salopp auszudrücken und zwar auf fünf verschiedenen leveln und dann sehen wir hier auch in rot die approximations koeffizienten des hochpass filters und wir sehen rechts die detail koeffizienten in grün des tiefpass filters und so können wir sehen wie dieses signal denn auf unterschiedlichen ebenen beschaffen ist und da können sie auch sehr interessante analysen damit machen damit sind wir eigentlich mit der vorlesung am ende ich hoffe sie haben einiges mitnehmen können ich hoffe sie haben was gelernt ich hoffe ich habe sie zu ideen angeregt und ich hoffe dass ich auch interesse geweckt habe sich tiefer mit diesen konzepten auseinander zu setzen das feld der webillets ist sehr ansprechend ist sehr groß und ist sehr komplex zu teilen wir werden die webillets im teil in dem ausblick in die forschung nochmal auffassen und da werde ich nochmal detaillierter auf einige anlagestrategien konzepte und möglichkeiten der webillets eingehen bis dahin wünsche ich ihnen alles gute und bedanke mich für ihr beisein bis zum nächsten Untertitelung des ZDF, 2020